Die bringen hoffentlich auch Holz in ihre Stadt. Dort halt immer etwas, bis das Ganze auch drin ist. So, jetzt müssen wir halt warten, bis... Das bringt nichts. Ja, das ist der Stadt gut geschrieben worden. Ah, ich überlege gerade, wähle ich noch eine Bombe oder warte ich jetzt erst einmal nördlich ab, bis die Stadt ihr nächstes Level erreicht hat. Seid bloß ruhig. Ihr sollt nicht das ganze Holz verschleudern. Vorwärts! Vorwärts! Haben wir irgendeine Stadt hier? Also ja, da sind 500 Steine. Die Stadt ist auch nur ab Level 2 bis jetzt. Sie schaffen halt das Holz bei, aber es wird halt schon in die Karawane gepackt, weggeschafft und... Ich habe einfach nicht die Truppen, um mich gerade mit den Untoten... Wir finden es heraus! Wobei die paar Untoten... Was braucht die Stadt noch, um Maximum zu erreichen? Äh... Auch in erster Linie Holz. Vorwärts! Vorwärts! Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Hier! Schneller! Höher! Stärker! Gut! Späre in die Schlacht! Ja, die Bomber sind halt schon ziemlich stark. Wir finden es heraus! Ich verstehe! Eigentlich. So, letzte Stufe erreicht. Ja, eine Ballista könnte ich kaufen. Kostet halt zwei Führerschaft. Äh... Ob ich das will, ist die gute Frage. Also, ich hätte auf jeden Fall gerne noch einen Top-Pfadfinder. Weil Spione kann ich nicht scheinbar. Vorwärts! Vorwärts! Na gut, ich kaufe jetzt mal eine Ballista einfach, um sie mal auszuprobieren. Und mach mal den Weg frei, damit die Steinlieferungen wieder... Meine Pfeile sind scharf! ...eintreffen können. Und ich an die Steine da oben rankomme. Wir finden es heraus! Obwohl, ich kann auch noch einen Bomber anrühren. Ja, ha 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 ha! Vorwärts! Vorwärts! Ja, die Karawanen sollten halt sicher und bequem eintreffen, steht da. Ich verstehe! Das Ding haben wir zerstört. Das da oben müssten wir auch zerstört haben, ja. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Meine Pfeile sind scharf. Feuer! Vorwärts! Vorwärts! Schlachtet sie! Oh! Ich bin bereits unterwegs. Ich jage alles in die Luft. Mit dem Feuer ein bisschen vorsichtiger. Ich bin hier. Bin bereits unterwegs. So, da haben wir Steine und ein bisschen Gold. Oh, da ist schon wieder eine gegnerische Truppe aufgetaucht hier drauf. Hm. Vorwärts! Vorwärts! Also ja, durch die müssen wir uns auch durchkämpfen. Und das Holz, das da liegt, einsacken. Vorwärts! Vorwärts! Schlachtet sie! Also ja, ich muss gucken, dass ich meine Goblins hier abnehme. Die schicken jetzt selber Ballisten. Schneller! Höher! Höher! Stärker! Schneller! Höher! Stärker! Wir gehen! Schneller! Höher! Stärker! Wir gehen! Ich verstehe. Also ja, grundsätzlich... Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ah, da kommen jetzt noch mehr Steine an. Ich verstehe. Wie sehen die beiden Städte eigentlich aus? Na, geht so. Ich verstehe. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Vorwärts! Vorwärts! Ja, die kriegen Steine dann von uns und aus dem Ding. Und ja, dann gucken wir mal, was wir auf... Ja! Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Max-Stufe. Euer Wunsch ist mein Befehl! Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. ... uns holen können. Rillwit hat ein Angebot für mich. Achso, ja. So, Stratege. Ey, wir können hier einen Strategen anheuern. Die große Anwesenheit eines kommenden Strategen, der sein ganzes Leben dem Studium militärischer Angelegenheiten gewidmet hat, verbessert die Kampffähigkeiten dem veranvertrauten Truppen erheblich. Okay, ich will aber einen Trupp Spione haben. Euer Wunsch ist mein Befehl! Ja, wir haben nur einen Pulverfass hergestellt. Verschafft uns ein wenig Zeit und Ressourcen und wir stellen ein zweites her. In der Zwischenzeit könnt ihr dieses hier im Loch positionieren. Nehmt es und unsere Freiwilligen. Das zweite Fass ist bereit. Es wird jedoch zweifellos nicht ausreichen. Wir machen zusätzliche Anstrengungen und bereiten die letzte Sprengladung vor. Die stärkste von allen. So, vor haben wir derart explosives Gemisch hergestellt. Das wird eine heftige Explosion geben. Viel Glück. Von dem Riss wird keine Spur zurückbleiben. Ich verstehe. Ich verstehe. Also ja, wir kriegen hier... Speergoblins mit den Pulverfässern. Euer Wunsch ist mein Befehl! Und ja, die können wir dann zu den Spalten schicken. Wir finden es heraus. Kommt uns da unten was hingegen. Und ja, falls es noch nicht offensichtlich genug war. Wir haben keine menschlichen Einheiten mehr. Wir sind eine reine Goblin-Armee jetzt. Was ich eigentlich gar nicht mal so... Wobei, wir haben ja noch... Guck mal da zurück. Ich habe noch einen Truppelite-Schützen. Aber ja, trotzdem finde ich es recht cool... Vorwärts! Vorwärts! Auch mal mit etwas anderem ins Feld zu ziehen. Ich verstehe. Aber ja, an den Stellen hier müssen wir die Sachenput machen. Lager der Untoten. Dann ist hier oben auf jeden Fall noch ein Lager. Und hier unten ist eins. Das müssen wir alles platt machen. Das hier haben wir ja schon. Da hatten wir neulich unsere Reiter verloren. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ich verstehe. Vorwärts! Vorwärts! Ah, nein, nicht da oben. Wir finden es heraus. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Da lang. Ja, auch wenn ich gerne eigentlich noch nen Dampf... Nen Dampf... Nen Dampf... Nen Dampfanzer gerne. Vorwärts! Vorwärts! Aber der wird uns nicht vergönnt bleiben. Da oben ist ne Zombie-Höhne. Ich verstehe. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Und ja, vor der Zombie-Höhle kommen auch Angreifer-Zombies runter. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ich verstehe. Den sollten wir als erstes begegnen. Vorwärts! 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 Aber sogar ein kriechender Tod kommt uns hier besuchen. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ich verstehe. Ich verstehe. Vorwärts! 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 Hm? Ihr habt meine Gedanken gelesen. So. Die Goblins schicken wir jetzt zum Riss. Natürlich! Oh oh! Ja! Mehr ja als nein! Nur kein Aufsehen erregen! Und dann rennen wir panisch weg. Vorwärts! Vorwärts! Schlachtet sie! Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Und dannillon Sie immer wieder hin. Wir würden uns nicht,... Es war es nicht so sehr einatmeer. Ich verstehe. Vielen Dank.